Weil du es strukturieren wolltest. Ja, ich möchte es gerne strukturieren. So wie Dena, der macht es ja jetzt auch. Woher weißt du denn das? Ich habe gedacht, du guckst den nicht. Naja, ab und zu muss ich ja schon informiert sein, was so auf YouTube abgeht. Sag mal was. Warte, ich muss erstmal hier 10.000 Euro setzen. Es sind Dollar. Monsieur, Dollar. Willkommen! Neue Last Team Standing Map. Selbst erstellt die Blaue Lagune. Das scharf schreibt. Du bist cool, ich feier deine Videos. Strudel hat keine Chance. So, siehst du? Oh, sieht die nicht schön aus. Sieht das hier nicht schön aus. Ich habe sie selbst noch nicht gespielt. Du hast irgendwo ein Boot. Du hast die Map so hoch gelobt. Du hast ein Boot. Du musst das Boot erreichen und zu einer anderen Insel fahren. Ach ne, ich kann auch... Oh, ist das unter Wasser schön. Du musst tauchen. Tauchen? Nein, man kann hier eigentlich nicht drauf gehen. Die Insel ist peckstrudelfreundlich gebaut. Man kann eigentlich keinen Selbstmord machen. Hallo, du bist der Selbstmordkönig. So. Wo hast du denn diese Umgebung gefunden? Wo ist das? Hilfe! Wo ist er? Der kleine Strudel. Da ist er. Ich habe ihn ja schon halb tot. Halb tot ist er. Er stirbt in den Klippen, in den Fluten. So ein verrückter Mann. Jetzt kann er nicht weg. Jetzt habe ich ihn im Arsch hier. Wo ist er denn? Er könnte nur wegtauchen. Das wäre seine einzige Möglichkeit. Den Tipp gebe ich dir. Wie kann man tauchen? Er muss doch unten steuern. Hilfe! 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 Ich boxe die Waffe! Ich habe keine Hand gehabt. Tim Joost schreibt, tolle Weihnachtsmütze! Dankeschön! Ja, das war unter 1 Blaue Lagune. Ja, oh, Sebastian Zaltauf. Ich hatte die Wurz hier in der Hand und dann, ja, es war doof. Sir Alex Ferguson hat mal gesagt, mit Angriff gewinnst du Spiele, mit Verteidigung gewinnst du die Titel. Trotz Niederlage, geiles Match. Dankeschön! Ja, und hier Blaue Lagune, neue Map, einfach geil. Ich lese Kommentare vor von, ähm, die letzte Kugel entscheidet alles. Unser Mordsduell auf Del Piero. Ja, also beim nächsten Mal solltest du vielleicht, oh, jetzt starte ich ja von der anderen Seite. Da habe ich ganz andere Möglichkeiten. Hä, bist du da eben rüber geschwommen? Nein. Wieso ist das Boot hier so weit abgetrieben? Ja, das hast du nicht gut gemacht, Alf. Muss man einfach mal sagen. Oh, geil, man. Tauchen ist zu geil, ne? Ups, ups, ups. Das perfekte Spiel GTA 5. So, Runde 2. Sollte ich 3-0 führen, würde ich natürlich, äh... Ja, was? Weiß ich nicht, was ich sagen wollte. Ja, ja, ja. Da fängt es schon wieder an. Der Alf, der schummelt. Ich wusste, dass es irgendwas gibt. Das... Du, wenn ich verliere... Ah, äh... Ja, wenn du verlierst, dann ist das hier einfach nur eine logische Konsequenz. Ja, ich weiß. Verrückter Hund. Du Lümmel. Mein Boot! Hey! Da geht man hier auf eine Insel. Alter, so eine Rotzefotze. Ey, das sagt man nicht. Ich darf das sagen. Nein, das sagt... Mein Kanal, meine Regeln. Alter. Wieso... Auch geil mit diesen alten Schiffen hier. Ah, der Alf Puschen, ey. Wahnsinn. Alf Puschen-Moment? Ja. Dieser Alf Puschen-Moment. Nein, das ist ja so. Ich habe es... Okay? Nein, also weiß ich nicht. Questo ist ja gut. Entsachet interessiert? Wie soll ich jeden mise? Wie soll ich etwas tun? Das ist ja gut? Es ist ja gut? Es ist klar. Scheiße Arschkarte, wo ist er? Da schießt er auf mich so ein Lümmel, ey Nein! Jawoll, mit dem letzten Schuss Das gibt's doch nicht Scheiße, Mann, hier So, Marco Rucka schreibt Ich fand, dass der rote Anzug 10 Millionen mal besser ist Als der neue schwarze Ja, optisch schon, aber ich werde so im Dunkeln Schlechter gesehen Ja, und man sieht es auch Die letzten Folgen, ganz klar, Alf Puschendomäne Hä, was? Killer AT15, cooles Video Mach weiter so, eine Frage Warum hast du so viele Kanäle? Habe ich das nicht schon mal beantwortet? Ganz einfach Ja, das hast du schon in der letzten Folge oder so beantwortet Was? Vielleicht hat das ja nochmal geschrieben Kann sein Maybe 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 Du musst die Frage noch beantworten Du bist die Frage Ja, warum habe ich so viele Kanäle? Weil du es strukturieren wolltest Ja, ich möchte es gerne strukturieren So wie Dena, der macht das ja jetzt auch Woher weißt du denn das? Ich habe gedacht, du guckst den nicht Naja, ab und zu muss ich ja schon informiert sein Was so auf YouTube abgeht Hier gibt es auch U-Boote Nur falls du mal U-Boote Ja Ich hoffe, wir schnacken Hier gibt es echt U-Boote Die gelben Dinger, die sie rumtreiben Das sind U-Boote Hau ab Es ist herrlich Nein, nein, nein Oh, was für ein James Bond Move hier James Bond Move von dir? Ja Ne, das kann nicht stimmen Al, das ist eine Lüge Ne Du bist die Lüge Das ist die logische Konsequenz Du bist die logische Konsequenz Boom Sonic Boom Boom, bam, bam Ich komm mit rein, ne? Du bist drauf Soundpack Packstrudel, Soundpack Meine Playstation explodiert gleich Warum? Das sagst du in jeder Folge Ja, und? Du musst auch erklären, warum Weil die so alt ist Und alte Konsolen, die machen Boom Echt? Hashtag Boom Sonic Boom Sonic Boom Okay, ich glaube, ich habe hier etwas nicht durchdacht Ja, es kommt öfters mal vor bei dir Hm, wie hole ich denn die Sniper? Hast du einen Tipp? Tipp? Ja, wie ich da hochkomme Äh, nö Du hast die Mapper gestellt Ich sehe sie zum ersten Mal hier Das geht ja quasi gar nicht Ja, siehste mal Wenn man nicht spielt Ja, wenn man nicht spielt Wie geil war das denn? Also das war noch mehr als nur James Bond Scheiße, meine Taktik in dieser Runde ist Äh, scheiße Nein Komm Komm, 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 komm Wieso wollte der nicht tauchen, ey? Scheiße, ich bin verwundet Ich bin verwundet Ich bin verwundet Ich bin verwundet Vielen Dank. So ein Schlawiner. Nein, er trifft mich. Nein. Scheiße. Nein. Ja, 2-1 auf der Blauen Lagune. FabiSkillTV. Alf, frag doch mal Dennis, ob er Lust hat, gegen mich FIFA zu zocken. Da er ja keine Kommis vorliest, so wie du. Ihr seid übrigens beide richtig lustig drauf. Ja, Dennis, was sagst du dazu? Von wem kam der Kommentar? FabiSkillTV. Ja, vielleicht irgendwann mal im Stream. Ja. Du willst streamen? Ja, mit dir. Nö. Hast du auch gesagt letztes Mal. Du streamst alleine. Du fängst wieder an 2017. So, also deine Niederlage gerade war eine logische Konsequenz. Ja, die war einfach dumm, weil ich hätte dich eigentlich schon haben müssen mit der Sniper, wie du da einfach wie so ein Wiesel da im Wasser geschwommen bist. Nee, ich bin unter Wasser gefahren mit dem Auto. Das ging richtig nice, ne Zeit. So, wo war hier jetzt, äh, wieso treibt das Boot wieder ab? Ich glaube, wir haben Flut hier. Geil, was ich hier aufgebaut habe, ne? Naja. Das ist auch so, ne? Geil, geil, O-Matico. Das ist in Ordnung, ne? Ah, hier ist das Scheißboot. Da muss man erst oben rüber klettern, ne? Der Verrückte hat schon wieder irgendwas vor, weil er kennt die Map, er weiß, wo er die Ne, ich hab nur gesehen, was du vorhast mit deinem Scheißgesniper da. Halt. Hör da auf. Garantiert gibt es hier den Panzer. Ja, gibt's auch. Ja, siehst du? Den hol ich doch erst aus, wenn ich zurückliege. Das gibt's gar nicht. Ich weiß nicht mehr, wo der Panzer steht. Der ist auch schwer zu erreichen. Selbst wenn ich es versuchen würde, ist so. Ja, 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 ja. Selbst wenn ich es versuchen würde, gibt es hier keine Garantie, dass ich's schaffe. Wow. So, ein Strudel. So, ein Strudel, Lord. So, jetzt gucken wir hier nochmal. Hier gibt, könnte, es könnte doch eine Chance geben, dass man hier raufkommt. Dann ist man natürlich non plus ultra. So, ah, hier ist die Höhle, aha. Jetzt. Ja, nein, komm, mach doch. Reagier. Ich dachte, mit Flut geht das vielleicht. Jetzt. Jetzt. Mann. Scheißendreck. Ach, hier bin ich. Ballabala. Ballabala. Du hättest ich echt nur in der Mitte auf, da, ne? Nee. Lol. 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 Was macht er denn hier? Fell. Wie ist so ein Strich, Alter? Steh da da und will mich snipen, echt, du. Wuhu. Als ob. Ich seh ihn nicht mal. Ich weiß nicht mal genau. Ach, da müsste er irgendwo sein. Was macht der Verrückte da hinten? 40 Sekunden. 40 Sekunden. Oh, oh, nein. Oh, oh, nein. Selbstmord? Wie machst du? Wie machst du denn selbstmord? Bist du doof? Ja. Das war echt doof. Scheiße, Mann. Und am Anfang sagt er noch, hier kann man keine Selbstmorde machen. Siehst du? Ja. Ja, Corabelle Mech schreibt das Videorama als supergeil. Oder Geronimo Streimi, könnt ihr mal Banküberfälle machen, please. Das ist ein geiles Video. Nein, Banküberfälle werden wir, glaube ich, nicht machen, ne? Warum? Warum? Ja, weil wir dazu noch zwei weitere brauchen. Ja, und? Paul? Paul? Der fängt auch jetzt richtig an. Ja, mit FIFA 15, ne? Ja, genau. FIFA 15. So 2-2 auf der neuen Map. Blaue. Wir stehen auf unserer Seite. Und wir holen, äh, 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 und wir holen, äh, äh, äh. Das hast du echt nicht mitgedacht, dass man sich hier drehen muss, oder? Alf, er ist echt schwach bei dir. Hm. Woops. Was ist das? Das Spielchen hatten wir doch schon mal, Alf. Bist du doch schön am Wasser? Nee. Scheiße, ich seh nicht durch die Gicht. Nein. Dann schwimmt er weg. Drei, zwei, Marco Rocker, diese Videos sind zu geil für dieses Universum, zu geil. Oh yeah. Yeah. Erstmal ein Schlückchen. Daniel, Dina, Dina, du bist immer lustig und ich muss immer wieder lachen. Wupp, wupp. So. Drei, zwei. Erstmal ein Siegerschlückchen. Und ich bin jetzt auch mal so, ich stelle jetzt mal mein Dings hier auf blinken, mein Hut, meine Mütze. Hast du schon wieder deine Weihnachtsmütze an? Es ist Dezember. Juhuja, jedes Video im Dezember mit Weihnachtsmütze. Genau. Genau, Soundpack, Dönitz. Ja, bei 5000 Likes. Du bist ein Like. Likey. 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 Da läuft er wieder weg. Geronimo Strudel hier. Wo ist er denn? Zeig dich! Geronimo Jackson? So wie ich dich kenne, hast du bestimmt wieder die Sniper ausgepackt. Nee. So wie ich dich kenne. Okay. Nein. Nein. Nein, ich bin im Wasser. Nein! Scheiße, 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 Scheiße. Scheiße, wo ist er? Scheiße, Scheiße. Oh, oh. Mani. Nein. Nein, komm, 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 komm. Nein! Ich habe keine Munition mehr. Oioioioi ist das knapp hier. Wo ist mein Boot? Scheiße, mein Boot ist natürlich auch weg Wie treibt denn das? Die großen Dinger kann man glaube ich nicht fahren Bin ich mir aber auch nicht sicher Ah, man kann sie doch fahren Ey Ey Er sitzt da im Gegen Boot drin Ey Nein Komm Ein Schuss, Mann Oh Nein So ein Dreck, Mann Die Dinger fahren sich als Scheiße, ey Du weißt, dass du Hinten liegst, ne? Ey, ich hab dir doch Du warst es bis halb tot, also Ich hab doch nichts abgekriegt Nein Ich hab's gesehen Wenn du dir zum Boot hättest, könntest du mich so einfach platt machen Ich hab nicht mal Waffen Oh, Jemine Wo ist er denn? Ich würd's dir ja gönnen, wenn du diese Runde gewinnst, nach Zeit Sind da nur noch 20 Sekunden Ich hab ja auch besser gespielt, Alf Warum? Ich hab dich fast gehabt, wenn du meine Folge siehst Ach, ich hab dich auch fast gehabt Gar nichts hast du gehabt Nur mit deinem dicken Boot Nee, ich versteck mich lieber Nein, nein, nein Ich führe ja Warum soll ich jetzt hier Noch Risiken eingehen? Komm Nein, warum? Scheiße, ich hab dich doch Scheiße, was ist das für ein Scheiß? Guck mal 550 RP Du nur 170 Ja, Glückwunsch für diese Runde 3-3 wird richtig spannend hier Kevin Hendricksen Du machst geile Videos Auf das noch lange LTS von euch beinkommt Auf das noch lange LTS von euch Sitze Christian Barbara Bei Die Alfi All Finale Der Alfinator Der Alfi Der Alfi 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 Uf 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 Oh, oh, das war ja nicht dem Spawn-like. Nein, ich bin so tof. Ja, bist du. Er gewinnt auf Blaue Lagude. Ich hab gedacht, du hast nur eine Pistole. Hab ich auch. Ja, ja, ja. Clash Philipp Philipp, deine Videos sind ultra-spitze. Ja, möchtest du noch was sagen zu deiner erneuten Niederlage? Äh, nö. Ich habe besser gespielt, ich weiß es auch. Ey, mein James Bond-Move gerade hat mich fast umgebracht. Sah erst richtig top aus, aber dann schade. Also Alf, ich darf jetzt zwei Maps hintereinander aussuchen, das weißt du, ne? Nein, zwei. Du hast jetzt verloren, neue Maps haben immer vor und das weißt du. So, ich würd sagen, wir verabschauen die Schuhe. Guck mal, ich hab mehr Bargeld, ich hab mehr RP bekommen. Ja, aber ganz klar Kills 4 zu 1. Ja, aber guck mal, was willst du mit Kills, RP, Bargeld? Durch Pille gewinnt man. Hahaha. So, bis zum nächsten Mal. Tschüss und auf Wiedersehen. Tschüss.